Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nico Rittenau und im heutigen Video sprechen wir allgemein über das Thema Jod. Wir besprechen, wie kann man eine optimale Jodversorgung im Rahmen einer veganen Ernährungsweise erzielen und besprechen dabei, was sind die Höchstzufuhrmengen an Jod, wie viel Jod sollte man im Laufe des Lebenszykluses zuführen, was für wichtige Funktionen hat Jod im Körper und vieles weitere. Zum Thema Jod haben wir schon zwei Videos in den letzten Wochen veröffentlicht, wenn man die noch nicht gesehen hat, die gerne zum Einstieg auch angucken. Zum einen das Video zum Thema Jodzals und ob die Jodzalsprophylaxe nun gut oder schlecht war und zum anderen das Video zum Thema Darum empfehle ich keine Algen für die Jodversorgung. Nicht weil ich generell alle Algen ablehne, aber die Gründe dafür sehen wir in dem Video, von daher auch hier gerne die Infokarte anklicken, um zu diesem Video zu gelangen. In diesem Video, wie gesagt, einige allgemeine Infos und damit legen wir auch gleich los. Jod gehört ja laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zu den potenziell kritischen Nährstoffen bei veganer Ernährungsweise. Ganz einfach, weil im Vergleich zu den pflanzlichen Lebensmitteln einfach mehr jodrehe tierische Produkte existieren und damit ein Stück weit in der Mischkost die Bedarfsdeckung einfacher ist. Jod ist als Spurelement essentiell für den menschlichen Körper und vor allem essentiell für die Funktionsfähigkeit der Schilddrüse und der Mangel führt dazu, dass diese nicht mehr ausreichende Mengen an den wichtigen Schilddrüsenhormonen produzieren kann. Dieser Mangel an Schilddrüsenhormonen und die damit einhergehen Abnormalitäten im Körper werden zusammen unter dem Sammelbegriff der Jodmangelerkrankungen zusammengefasst. Die WHO ging in einer Veröffentlichung aus dem Jahr 2007 davon aus, dass weltweit etwa zwei Milliarden Menschen nicht adäquat mit Jod versorgt sind. Also nicht nur ein veganes Problem. Jodmängel sind außerdem bis heute der weltweit häufigste Grund für eigentlich vermeidbare Hirnschäden bei Neugeborenen. Derart schwerwiegende Schäden aufgrund von Jodmängeln sind zwar in westlichen Ländern faktisch nicht existent, jedoch kann eine chronische Unterversorgung mit Jod auch bei westlichen Kindern zu milden kognitiven Beeinträchtigungen und damit zum Beispiel zu verringerten Schulleistungen führen. Wenn kein Jodsalz verwendet wird, dann erreichen in Deutschland etwa 96 Prozent der Männer und 97 Prozent der Frauen trotz der Anreihung der Futtermittel in der Produktion tierischer Lebensmittel nicht die Empfehlung für die Jodzufuhr, wie die sogenannte nationale Verzehrstudie 2 gezeigt hat. Jod gilt wie gesagt daher nicht nur als kritischer Nährstoff in der veganen Ernährungsweise, sondern kann in allen Ernährungsweisen potenziell kritisch sein. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir insgesamt über diesen wichtigen Nährstoff sprechen. Es gibt noch eine weitere Vergleiche und Untersuchung aus der Schweiz, die zeigte, dass auch hier die Mangelraten sowohl bei den Mischköstlern als auch bei den Vegetariern und auch bei den Veganern recht ausgeprägt waren. Die waren zwar etwas geringer als in der nationalen Verzehrstudie 2, aber auch in dieser Untersuchung wiesen immerhin 65 Prozent der Mischköstler, 66 Prozent der Vegetarier und ganze 79 Prozent der Veganer eine suboptimale Jodversorgung auf. Die Mangelversorgung mit Jod stellt auch insgesamt abseits von den gesundheitlichen Effekten eine große finanzielle Bürde für unser Gesundheitswesen dar. Laut einer Hochreinung aus 2002 kosten die auf Jodmangel zurückzuführenden Erkrankungen der Schilddrüse alleine Deutschland etwa eine Milliarde Euro pro Jahr. Nun aber zum Thema Jod in der pflanzlichen Ernährung. In welcher Konzentration ein pflanzliches Lebensmittel Jod enthält, hängt, wie wir im Video zum Thema Algen und Jod schon gezeigt haben, neben der Fähigkeit der Pflanze zur Akkumulierung von Jod, vor allem vom Jodgehalt des Bodens ab. Gerade in Deutschland, Österreich und der Schweiz, aber auch in vielen weiteren europäischen Ländern sind weder die heimischen pflanzlichen noch die tierischen Produkte ohne zusätzliche Anreihung der Böden oder der Futtermittel bei den Tieren Jodhaltig genug, um eine ausreichende Jodzufuhr der Bevölkerung sicherzustellen. Der Jodgehalt in tierischen Produkten, wie zum Beispiel der Milch, die ca. so 80 bis 100 Mikrogramm Jod pro Liter hat, oder auch Eier, die so ca. 60 Mikrogramm pro 100 Gramm haben, oder auch Fleisch, das nur so 2 bis 8 Mikrogramm pro 100 Gramm aufweist, kommt daher ja in erster Linie dadurch zustande, dass die Tiere zuvor ausreichend Jod über das Futtermittel erhielten, weil jenes angehört wurde. In Europa ist die Jodanreihung der Futtermittel bis zu 5000 Mikrogramm pro Kilogramm für Milchkühe und Hennen und bis zu 10.000 Mikrogramm pro Kilo für Masttiere erlaubt. Somit bleibt festzuhalten, dass auch in der mischköstlichen Ernährungsweise oft Jod supplementiert wird. Zwar nicht direkt, sodass es die Bevölkerung merkt, aber indirekt über den Umweg des Tieres. In der veganen Ernährungsweise wird dieser Umweg über das Tier ja ausgelassen und von daher gilt es eine direkte Quelle zu finden, die die Versorgung der vegan lebenden Population mit Jod sicherstellt. Insgesamt lässt sich ja auch sagen, dass das aus den Böden geschwemmte Jod gar nicht verloren ist, sondern nur über andere Pflanzelebensmittel dann zugeführt wird. Da kommen wie gesagt die Algen ins Spiel, die dieses Jod dann sehr gut anreichen können, teilweise so gut, dass es sogar zu viel wird. Dazu mehr ja im Video zum Thema Algen und Jod. In Bezug auf unsere Gesundheit wissen wir, dass sowohl eine Über- als auch eine Unterversorgung mit Jod zu einer Störung der Schilddrüsenfunktion führen kann. Daher sollte es das Ziel sein, weder viel zu viel noch viel zu wenig Jod zuzuführen. Im Zuge der Zufuhrempfehlungen wird auch oft über sogenannte stromhygene oder goitrogene Substanzen gesprochen. Das sind jene Substanzen, die wir vor allem in Pflanzen finden, die zumindest im Verdacht stehen, die Jodaufnahme etwas zu vermindern und wir müssen Wege finden, das zu kompensieren. Das sind vor allem Substanzen, wie wir sie in Kohlgewächsen oder auch in der Sojabohne und weiteren finden. Untersuchungen zur goitrogenen Wirkung von Soja zeigen allerdings, dass bei adäquater Jodversorgung, das ist die Grundvoraussetzung, keine negativen Effekte von beispielsweise der Sojabohne auf die Schilddrüsenfunktion zu erwarten sind. Frühere Beobachtungen zur goitrogenen Wirkung von Sojabohnen, wie sie damals zum Beispiel auch Bestandteil von Säuglingsanfangsnahrungsprodukten waren, waren in erster Linie auf das Fehlen von Jod in diesen Säuglingsanfangsnahrungsprodukten zurückzuführen. Dieses Problem konnte allerdings vollends behoben werden, seitdem dieser Säuglingsanfangsnahrung auf Sojabasis einfach ausreichend Jod zugegeben wird. Dasselbe gilt auch für die potentiell goitrogen wirkenden Substanzen in Kreuzblütlern und anderen pflanzlichen Lebensmitteln. Wie im Standardwerk Ernährung in Prävention und Therapie geschrieben steht, ist die goitrogene Wirkung dieser Substanzen vor allem bei den Kreuzblütlern mehr von theoretischem als vom praktischen Interesse. Individuen müssten nämlich über mehrere Monate hinweg im Rohzustand knapp ein halbes Kilo Weißkohl jeden Tag oder knapp über zwei Kilo Chinakohl täglich essen und gleichzeitig außerdem schlecht mit Jod versorgt sein, um überhaupt eine negative Wirkung zu erzielen. Wenn wir über negative Effekte auf die Schilddrüse sprechen, natürlich müssen wir dann über Jod sprechen, weil das der wichtigste Nährstoff für die Schilddrüsenfunktion ist. Damit wir unsere Schilddrüse insgesamt aber optimal gesund und funktionsfähig erhalten, sind noch viele weitere Nährstoffe von Bedeutung und über die alle sollte man sprechen. So können beispielsweise vor allem Mängel an Selen, aber auch Mängel an Vitamin A, Zink und Eisen die Jodverwertung verringern. Außerdem zeigt eine Meta-Analyse, dass auch die Vitamin D-Versorgung eine Rolle in der Gesundheit der Schilddrüse spielen kann. All diese Stoffe sollten wie gesagt in ausreiner Menge zugeführt werden, um die Gesundheit der Schilddrüse zu erhalten. Jod weist insgesamt eine sehr hohe Bio-Verfügbarkeit auf und wird aus der Nahrung und auch aus julierten Speisesalz zu mehr als 90 Prozent absorbiert. Im Gegensatz zu den allermeisten Nährstoffzufuhr-Empfehlungen, bei denen unter den Dachstaaten ein Konsens in der Höhe der Verzehrsempfehlung herrscht, unterscheiden sich die Empfehlungen für Jod in Deutschland und Österreich von jenen in der Schweiz. In der Schweiz wird 150 Mikrogramm pro Tag empfohlen, in Deutschland und Österreich 200 Mikrogramm. Der Grund für die niedrigere Jod-Empfehlung in der Schweiz fußt allerdings nicht auf eine Uneinigkeit in Bezug auf die Höhe der Optimalzufuhr für Jod, sondern einzig und allein darauf, dass die Versorgungslage der schweizerischen Bevölkerung in Folge des jahrzehntelangen Jodzahlsprogramms bereits zu einer insgesamt besseren Allgemeinversorgung geführt hat, als es in Deutschland und Österreich der Fall ist. Daher hat die Schweiz die Empfehlungen der WHO zur Aufrechterhaltung der Jodversorgung übernommen, das sind diese 150 Mikrogramm, während Deutschland und Österreich aufgrund der suboptimalen allgemeinen Versorgungslage der Bevölkerung aktuell noch an den höheren Zufuhr-Empfehlungen festhalten. Wie bei vielen anderen Nährstoffen bestimmt auch beim Jod der Versorgungszustand der Mutter sowohl die Jodversorgung des ungeborenen Kindes als auch dessen Jodspeicher nach der Geburt. Ist die Mutter gut mit Jod versorgt, genügt der Jodgehalt der Muttermilch für die optimal Versorgung des vollgestillten Kindes während der ersten Lebensmonate. Ist die Mutter aber ungenügend mit Jod versorgt, führt das auch zu jodarmer Muttermilch und damit zu einer Unterversorgung des Säuglings. Erschwerend kommt hinzu, dass die Jodaufnahme des Neugeborenen in den ersten Wochen nach der Entbindung eigentlich auch bei einem hohen Jodgehalt der Muttermilch zu gering ist, um den erhöhten Eigenbedarf zu decken. Deshalb ist das Ungeborene ja darauf angewiesen, ausreichende Jodspeicher schon während der Fetalperiode im Mutterleib anzulegen. Dies geht allerdings nur bei ausreichender Jodversorgung der Mutter während der Schwangerschaft. Um diese Versorgung während der Schwangerschaft und Stillzeit zu garantieren, wird Frauen in Deutschland und Österreich unabhängig ihrer Ernährungsweise während dieser Phasen eine Supplementierung mit Jod in Höhe von 100 bis 150 Mikrogramm pro Tag empfohlen, um eben diesen erhöhten Bedarf sicherzustellen. Diese Empfehlungen sprechen auch die amerikanische Endocrine Society sowie die American Thyroid Association in ihren jeweiligen Positionspapieren aus. Letztere ergänzt außerdem, dass mit einer Supplementierung am besten drei Monate vor der geplanten Schwangerschaft begonnen werden sollte, um die Schwangerschaft in einem optimalen Versorgungszustand zu beginnen. Zur Beurteilung der Jodversorgung wird im Vergleich zu anderen Nährstoffen allerdings kein Blutparameter gemessen, sondern die Jodausscheidung über den Urin herangezogen. Diese sollte bei guter Jodversorgung zwischen 100 bis 200 Mikrogramm pro Liter liegen. Ein leichter Mangel besteht beim Wert von unter 100 Mikrogramm pro Liter, ein moderater Mangel bei unter 50 Mikrogramm pro Liter und ein schwerer Jodmangel bei unter 20 Mikrogramm pro Liter. In Bezug auf die langfristige Maximalzufuhr hat das Institute of Medicine eine Grenze in Höhe von 1100 Mikrogramm pro Tag in Form ihres Tolerable Upper Intake Levels festgesetzt. Wie auch bei vielen anderen Mineralschaffen ist man da in Europa etwas vorsichtiger bei der Festlegung der Höchstwerte und so legte die EFSA, die European Food Safety Authority, für Erwachsene ebenso wie für schwangere und stillende Frauen ein Upper Level in Höhe von 600 Mikrogramm pro Tag fest. Das Bundesinstitut für Risikobewertung, kurz BFR, empfiehlt zum Schutz von besonders empfindlichen Verbrauchern vorsorglich sogar eine noch geringere tägliche Höchstzufuhr und zwar eine in Höhe von 500 Mikrogramm pro Tag. Dieser Empfehlung vom BFR wird auch ich mich anschließen und insgesamt zeigt die Thematik ja schon, dass es noch gewisse Unsicherheiten in Bezug auf die Höchstmengen und weiteres gibt. Einfach weil es ja auch interindividuelle Unterschiede von Person zu Person gibt und die Verträglichkeit sich auch so unterscheidet. Von daher wollen wir hier eher auf der sicheren Seite sein und 500 Mikrogramm pro Tag als Höchstgrenze festlegen. Sollte sich die werdende Mutter aus Gründen der Einfachheit bereits vor ihrer Schwangerschaft für ein Nahrungsergänzungsmittel mit Jod zur Deckung des regulären Tagesbedarfs entschieden haben, dann sollte sie natürlich während der Schwangerschaft und Stillzeit ein entsprechend höher dosiertes Präparat einnehmen, das den höheren Bedarf von insgesamt 230 beziehungsweise 260 Mikrogramm pro Tag deckt. Nun besprechen wir die Kernfrage, wie sieht denn die Jodversorgung bei vegan lebenden Menschen aus? Untersuchungen mit Veganern aus den USA, aber auch aus Schweden, aus Deutschland und aus Großbritannien haben durchgehend gezeigt, dass unter den üblichen Bedingungen eine vegane Ernährungsweise zu wenig Jod liefert, wenn sich die Menschen nicht durch jodhaltige Algen versorgen. In der Untersuchung mit den vegan lebenden Menschen aus Großbritannien hat man zwar insgesamt eine Unterversorgung gesehen, aber bei drei vegan lebenden Menschen hat man allerdings sehr hohe Werte gesehen, was zum Beispiel auf die Zufuhr von stark jodhaltigen Algen zurückzuführen war. Auch in einer weiteren Untersuchung mit vegan lebenden Menschen wiesen 80 Prozent der Probanden einen suboptimalen Jodstatus auf. Eine optimale Jodversorgung ist natürlich in jeder Lebensphase wichtig, aber vor allem bei ungeborenen und neugeborenen ist eine optimale Jodversorgung besonders wichtig, weil ansonsten teils irreversible Schäden stehen können. Auch im Jahr 2018, als sie damals Vegan-Klischee geschrieben hat, war die wissenschaftliche Literatur noch nicht frei von derartigen Fallberichten, wo es um Kleinkinder mit Jodmangel bedingter Schilddrüsenunterfunktion bei veganer Ernährungsweise geht. Daher gilt es bitte für vegan lebende Menschen in jeder Lebensphase, aber vor allem, wenn man Kinder erwartet, dass man seinen Nährstoffbedarf und auch den Nährstoffbedarf des Nachwuchses optimal sicherstellt. Dafür haben wir unter anderem unsere Videoreihe auf YouTube gemacht. Das Buch Vegan-Klischee-D gibt hier viele Sicherheitshinweise und auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat ihr eigenes Positionspapier zum Thema veganer Ernährungsweise, in der sie die unterschiedlichen kritischen Nährstoffe bespricht. Das war's für dieses Video zum Thema Jod bei veganer Ernährungsweise und der Optimalversorgung in allen Lebensphasen. Wie gesagt, wenn man die anderen Jod-Videos noch nicht gesehen hat, dann die gerne auch noch nachsehen, um das gesamte Paket an Informationen zum Thema Jod bei veganer Ernährungsweise zu bekommen. Wenn man noch mehr zum Thema der veganer Ernährungsweise insgesamt erfahren möchte. Wie schon kurz angekündigt, Vegan-Klischee-D und auch das Vegan-Klischee-D-Kochbuch liefern hier viele Inhalte und auch leckere Rezepte zu diesem Thema. Noch mehr dazu natürlich im Online-Kurs der Nutrition Masterclass mit dem Sebastian Kubin und auch in unserem 4-Tages-Ernährungsseminar Mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden durch Pflanzernährung in Berlin. Mehr zum Thema Ernährung gibt's jede Woche hier auf meinem YouTube-Kanal um 16 Uhr. Daher sehr gerne meinen Kanal abonnieren und liebe Nachrichten aktivieren, um zukünftig kein neues Video mehr zu verpassen. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen und wünsche bis dahin alles Gute und beste Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.